Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt und jetzt geht es um meine besten Tipps für die mündliche Nachprüfung. Und die mündliche Nachprüfung ist so ein Hin und Her. Ich hatte zum Glück das Glück, dass ich nicht in eine mündliche Nachprüfung gehen musste, habe jetzt aber natürlich schon dieses und auch letztes Jahr von ganz ganz vielen mitbekommen, wie es war, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und ich glaube, das Allerwichtigste für eine mündliche Nachprüfung ist, es erstmal überhaupt wieder zu schaffen, sich neu dafür zu motivieren. Weil man hat so das Gefühl, ich bin 12, 13 Jahre in der Schule gewesen und man hat so gehofft, boah, es kommt dieses Abitur, diese 4, 5 Prüfungen und dann ist endlich alles vorbei und du dachtest, es ist alles vorbei, du bekommst ein Ergebnis, du merkst, damn it, ich muss nochmal in eine Nachprüfung oder ich will nochmal in eine Nachprüfung gehen. Und während alle anderen schon sagen, yeah, Ferien und fahren irgendwo hin, merkst du schon, ach damn, jetzt muss ich nochmal lernen, ein, zwei Wochen, um dann nochmal das Beste rauszuholen. Das Wichtigste ist dabei, dass du da für dich wirklich erkennst, hey, du machst das für dich selbst, du kannst stolz auf dich sein, dass du nochmal diesen Weg gehst und vor allem ist es freiwillig. Wenn du keinen Bock gehabt drauf hättest, hättest du einfach sagen können, nein, ich will nicht. Kann auch sein, dass es beim anderen sein muss, damit du nicht durchfällst, aber auch dann ist es auch eine geile Möglichkeit. Ja, das heißt, seht das nicht so als so eine extra Bestrafung von, boah, jetzt muss ich nochmal, sondern sei entweder dankbar, dass es eine Möglichkeit ist, damit du nicht durchfällst und das ganze Jahr nochmal machen müsstest und du dich quasi durch eine Prüfung nochmal retten kannst. Und auf der anderen Seite, wenn es nur darum geht, dann nur deinen Schnitt zu verbessern, um zum Beispiel noch einfach für dich persönlich deinen Schnitt zu verbessern oder auch, um noch in ein entsprechendes Studium zu kommen, dann sei dankbar, dass es dafür die Möglichkeit gibt. Ja, also überlegt euch mal, es könnte auch einfach gar keine Nachprüfungen geben und dann hättet ihr einfach die Note, die ihr habt, das wäre genauso möglich. Und nur, dass es nicht so ist, dafür kann man dankbar sein und dafür kommt dann auch diese Motivation und so. Ihr seht jetzt quasi als ein positiver Extra-Bonus, als wie so eine nachträgliche Bestrafung. Und dann ist es super wichtig, dass auch, wenn ihr vielleicht jetzt schon kennt, wie eine Abi-Prüfung abläuft oder auch wie eine mündliche Abi-Prüfung abläuft und ihr vielleicht auch mit den Lehrern euch schon einig seid, dass es jetzt vielleicht eher eine gechilltere Angelegenheit ist, weil irgendwie jeder schon weiß, was ist und irgendwie ist der Hauptteil auch schon rum, dass du es trotzdem noch ernst nimmst. Du hast ja die mündliche Nachprüfung nicht aus Spaß angetreten, sondern vor allem, weil du eben dich vielleicht vorm Durchfallen retten möchtest oder eben auch deinen Schnitt nochmal verbessern willst. Deswegen nehmen das Ganze auch ernst und das gilt natürlich sowieso für die Vorbereitung, aber auch in der Prüfung. Weil gerade in der Prüfung ist man vielleicht nicht mehr so aufgeregt, wie es vielleicht in den vorherigen Prüfungen war, gerade dann, wenn es nicht ums Wiederholen geht, sondern es wirklich nur darum geht, um noch eine Schönheitskorrektur am Schnitt vorzunehmen. Nimm aber trotzdem die Prüfung super ernst, weil auch wenn der Lehrer vielleicht nochmal extra gechillt da drauf ist, gerade dann solltest du einfach auch wirklich professionell auftreten und dich nicht so sehr da vielleicht auch von ihm oder auch von deinem Mitspielern, die das Ganze alles vielleicht nicht so ernst zählen. Mitreißen lassen, einfach aus dem Grund, weil du hast ja so aus dem Arbeit eingesteckt, du hast ja trotzdem viel gelernt und dann wäre es einfach schade, dass nur weil du die Prüfung so ein bisschen larifari angehst, dass du dementsprechend nicht das Maximum aus dem rausholst, was du dann in den 30 Minuten auch wirklich mit deiner Vorbereitung machen kannst. Das heißt, nimm es ganz ernst, siehst du wirklich wie eine richtige Prüfung, weil es ist eine richtige Prüfung und kann eventuell ja auch über super viel bei dir entscheiden und sorg dann einfach dafür, dass du auch wirklich das rausholst, was du dir durch deine Vorbereitung auch nochmal verdient hast. Und zu guter Letzt, stell ein sehr gutes Lehrerverhältnis her, auch wenn das vielleicht bisher noch nicht so der Fall war, du vielleicht eher unauffällig warst oder von dem Lehrer nicht so viel gehalten hast. Gerade für die Nachprüfung, da ist es einfach super wichtig, dass du nochmal vielleicht davor mit dem Lehrer drüber sprichst, welches Notenziel du erreichen willst, wie du es vielleicht auch schaffen kannst, worauf du vielleicht nochmal achten solltest nach der letzten Abi-Prüfung und so weiter. Das bedeutet, stell erst ein gutes Lehrerverhältnis her einfach, dass du sagst, dass du einfach dich jetzt nochmal anstrengen willst, dass du nochmal alles geben willst. Glaubt mir auch, wenn ihr das Gefühl habt, der Lehrer ist seit 12 Jahren wieder der größte Idiot. Wenn ihr einfach nur sagt, hey, ich habe irgendwie gemerkt, ich habe bis in der letzten Zeit nicht mein Maximum rausgeholt, ich finde das schade, ich will es aber in der letzten Prüfung nochmal wirklich alles geben, weil ich habe keine andere Chance mehr. Aber wenn ihr es euch nicht zu sehr mit dem Lehrer verspaßt habt, werden die meisten Lehrer da extrem positiv darauf reagieren und euch auch einfach nochmal eine richtig gute Chance geben. Und dann vor allem auch ist es super wichtig, wenn ihr eben entweder schon immer ein gutes Lehrerverhältnis hattet oder gerade frisch eins hergestellt habt, zumindest für die Prüfung, dass der Lehrer irgendwo auch weiß, welche Note genau braucht ihr. Weil wenn er das weiß, sind wir ganz ehrlich, Lehrer sind da auch manchmal gutmütig und ich glaube, kein Lehrer hat, außer wenn ihr es euch natürlich super verspaßt habt oder der Lehrer Spaß daran hat, Leute durchfallen zu lassen, dann hat der Lehrer ja auch einfach ein gewisses menschliches Mitgefühl. Und dann kann es sein, dass du vielleicht nur neun oder zehn Punkte verdient hättest, aber der Lehrer dir, einfach weil er weiß, dass du es brauchst, vielleicht noch elf oder zwölf gibt, weil der sonst weiß, das muss das ganze Jahr wiederholen. Da habe ich auch schon einige Fälle erlebt, wo es eigentlich nicht so gut lief, aber der Lehrer sich denkt, oh Mann, oh Mann, hat er die zwei Fachbegriffe vertauscht, das ist eigentlich zwar katastrophal, aber der war bestimmt einfach nur zu aufgeregt, dass er sonst nochmal komplett wiederholen muss, gebe ich ihm halt den Punkt. Da brauchen wir auch kein großes Geheimnis machen, dass das so abläuft und meiner Meinung nach ist es auch gewissermaßen in Ordnung so, weil es ist einfach super ärgerlich, wenn es dann ein, zwei Punkte und dann einen kleinen Dreher gescheitert hat, dass jemand Medizin studieren kann oder das das ganze Jahr nochmal wiederholen muss. Ist ja dann vielleicht auch nicht Sinn der Sache und dementsprechend, und ja, ich weiß, dass es nur begrenzte Anzahl an Medizinplätzen gibt, so ist es nun mal, und dementsprechend stellt ihr einfach ein gutes Lehrerverhältnis her, sagt dem Lehrer auch genau, was ihr ziehen wollt, weil dann kann das vor allem in der Nachprüfung nochmal so einen Charakter haben von, nicht der Lehrer gegen den Schüler und der Lehrer guckt, wie gut der Schüler ist und der Schüler versucht, den Lehrer zu beeindrucken, sondern dass man fast mehr gemeinsam daran arbeitet und dass der Lehrer euch dann vielleicht auch eher wohlwollendere Fragen stellt. Deswegen achtet sehr stark darauf, es kann unglaublich viel in der Nachprüfung im Vergleich zu allen anderen Prüfungen ausmachen, deswegen beachtet diese drei Tipps und dann wird das Ganze auch sehr, sehr gut laufen und lasst mich gerne wissen, wie eure Nachprüfungen schlussendlich laufen sind, deswegen kommt gerne zu diesem Video zurück und lasst mich wissen, wie es bei euch war. In diesem Sinn, denkt dran, ich glaube an dich, gerade in der Nachprüfung und wir beisehren uns im nächsten Video, dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene, no, my city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah. I can't let none of these looks at the time.